Ich habe eine Funktion und möchte die Stammfunktion skizzieren. Diese Funktion ist jetzt die Ableitung, die ist in dem Fall positiv, positiv, positiv und hier ist sie negativ. Und an der Stelle ist sie 0. Gut, und jetzt schaue ich mir die, was bedeutet das für die Stammfunktion? Die Funktion ist jetzt die Ableitung der Stammfunktion. Positiv heißt also, hier steigt es, bei 0 ist es flach, wo es positiv ist, steigt es. Hier steigt es immer noch und an der Stelle ist es wieder 0. 0 und an der Stelle sinkt es. Und dann kann man schon, das muss ungefähr so sein. An der Stelle ist Maximum oder mal was da oben, genau, das ist ja nur eine Skizze. Und hier sinkt es wieder, also die Funktion muss ungefähr so ausschauen. Dieser Punkt ist noch markant. Hier habe ich die größte Steigung. Also würde jetzt der Skifahrer hier runterfahren, dann hätte er an dem Punkt, ist es das steilste. Wir haben da noch keinen Namen dafür, der Punkt ist dann der Wendepunkt. Also das hier, das heißt, das zeichne ich jetzt ein bisschen genauer. Hier ist es am steilsten, da wird es wieder flacher. Hier ist es so und das ist der. Das ist eine mögliche Stammfunktion, die kann ich ja jetzt rauf und runter schieben. Ich kenne nur die Steigung. Ja, genau. Und, und, aber das war es schon. Wenn jetzt eine spezielle Funktion gesucht ist, f von x ist von 1,75 bis x, f von t dt. Eine Integralfunktion nennt man das. Dann braucht die eine Nullstelle bei 1,75, weil von 1,75 bis 1,75 habe ich ein Null. Also hier ist eine Nullstelle. Und dann müsste ich die Funktion so weit hier runter schieben, dass ich hier die Nullstelle hätte. Genau. Integralfunktionen sind aber im nächsten Abitur nicht stoffwurige Strichen. Also hier ist es ein Nullstelle.